Musik Mein Name ist Gerhard Kopeinig, Archplusmore Ziviltechniker GmbH. Ich bin Architekt. Wir befinden uns hier in der Musikschule in Felden am Wörthersee. Ein ehemaliges Spritzenhaus wurde genutzt über fast 100 Jahre als Feuerwehrhaus und wurde in einer Enerfit-Sanierung in eine Musikschule umgebaut. Man kann sich schon vorstellen, die denkmalgeschützte Sanierung eines solchen Objektes hat vielseitige Herausforderungen. Wir haben sicherlich die Herausforderung der thermischen Hülle gehabt. An der Außenfassade lässt sich nichts verändern. Das heißt, wir konnten wirklich nur innen dämmen. Und das war noch eine Diskussion, weil wenn man sich die Formalität der Fenster anschaut, wird die natürlich ästhetisch durch die Innendämmung verändert. Raumklima ist etwas Wesentliches. Innenraumluftqualität ist noch viel wichtiger. Wir haben das, glaube ich, gut geschafft. Wir haben ein Monitoringsystem. Wir wissen genau, welche CO2-Werte, welche BPM, welche Luftfeuchte in Prozent und welche Temperaturen wir außen und innen haben. Ich war schon sehr oft Teil der Tage des Passivhauses und es war immer eine wertvolle Herausforderung, mit den zukünftigen Nutzerinnen, mit zukünftigen Bauherren zu diskutieren. Hier auch teilweise Fehlinformationen aufzuklären und in der gemeinsamen Diskussion vielleicht schon eine gewisse Projektentwicklung anzuzetteln. Vielen Dank.